Gemeinsam wollen wir die Welt ein bisschen gesünder, sicherer und nachhaltiger machen. Deshalb startet Böhringer die Initiative CHANGERS. Unterstützt von unserer praktischen App tun Sie etwas für Ihre Gesundheit, mehr Sicherheit und unsere Umwelt. Dabei sammeln Sie wertvolle Bonuspunkte, sogenannte ReCoins. Beim Laufen und Radfahren sehen Sie, wie viel CO2 Sie einsparen. Trinken Sie 2 Liter Wasser am Tag. Essen Sie viele Obst und Gemüse und verzichten Sie auf Zucker. Tun Sie etwas für Ihre Sicherheit und für mehr Nachhaltigkeit. Ihre Punkte können Sie gegen Lohse eintauschen und attraktive Preise gewinnen. Für 200 gesammelte Bonuspunkte pflanzt Böhringer einen Baum. Persönliche Nutzungsdaten werden selbstverständlich nicht an den Arbeitgeber weitergegeben. Changers für Böhringer Ingelheim. Jetzt App herunterladen, mitmachen und Punkte sammeln.